ASV-Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Ein möglicher Winterwechsel von Lukas Poreba steht laut Bild nicht mehr zur Debatte. Der Mittelfeldspieler des Hamburger SV hatte aufgrund mangelnder Einsatzzeiten zuletzt mit einem Vereinswechsel geliebäugelt. Doch dank vermehrter Spielzeit in den letzten Wochen hat sich Poreba dazu entschieden, vorerst in Hamburg zu bleiben und sich weiter zu beweisen. Nach seinem Wechsel zum HSV im Sommer 2023 hatte Poreba zunächst Schwierigkeiten, sich einen Stammplatz im Mittelfeld zu sichern. Die starke Konkurrenz auf seiner Position und die damit verbundene reduzierte Einsatzzeit führten dazu, dass Wechselgedanken bei dem Polen aufkamen. Besonders angesichts seiner Ambitionen, auch auf internationaler Ebene für die polnische A-Nationalmannschaft nominiert zu werden, schien ein Vereinswechsel eine mögliche Lösung zu sein. In den vergangenen Spielen setzte Trainer Steffen Baumgart jedoch verstärkt auf den 24-Jährigen, was Porebas Perspektive deutlich verbessert hat. Mit seinen jüngsten Einsätzen konnte der Mittelfeldspieler zeigen, dass er eine wertvolle Option für die Hamburger Zentrale ist. Diese Entwicklung hat Poreba dazu bewogen, seine Zukunft weiterhin beim HSV zu sehen. Poreba möchte nun den Fokus voll und ganz auf die laufende Saison legen und mit dem HSV die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Sein Engagement auf dem Platz zeigt, dass er bereit ist, sich der Konkurrenz zu stellen und seinen Platz im Team langfristig zu sichern. Laut einem Bericht der BILD wollen Anzi Suhonen und Nicola Oliveira, zwei Spieler aus der U21 des Hamburger SV, im Winter einen Wechsel anstreben. Beide Spieler streben offenbar danach, auf höherem Niveau zu spielen und sehen ihre Perspektive außerhalb der U21. Ihre Berater sollen bereits mit der Suche nach neuen Optionen beauftragt worden sein. Anzi Suhonen, ein technisch versierter Mittelfeldspieler, galt lange als eines der größten Talente des HSV. Nach Verletzungen und einer schwierigen Phase wurde er zuletzt vermehrt in der U21 eingesetzt, was seinen Ambitionen jedoch nicht gerecht zu werden scheint. Der finnische Nationalspieler möchte wieder auf höherem Niveau agieren, sei es beim HSV-Profi-Kader oder bei einem anderen Verein. Auch Oliveira, der schon seit der Jugend beim HSV spielt, zeigt sich unzufrieden mit seiner aktuellen Rolle. Der deutsche Verteidiger hat das Potenzial, auf einem höheren Level zu spielen, wurde jedoch bislang überwiegend in der U21 eingesetzt. Beide Spieler scheinen sich daher nach einer neuen sportlichen Herausforderung umzusehen, die ihren Ansprüchen gerecht wird. Die Berater der beiden Akteure sind offenbar bereits aktiv auf der Suche nach Wechselmöglichkeiten im Wintertransferfenster. Dabei dürfte es entscheidend sein, ob interessierte Vereine bereit sind, den Spielern die gewünschte Perspektive zu bieten, sei es in Form von regelmäßigen Einsätzen oder in einem ambitionierteren Umfeld. Für den HSV ist die Situation heikel. Beide Spieler haben Potenzial, dass der Verein ungern verlieren würde. Doch eine Perspektive im Profi-Kader scheint aktuell für beide schwierig zu sein, da die Konkurrenz groß ist. Trainer Steffen Baumgart und die sportliche Leitung des HSV stehen vor der Herausforderung, die Spieler entweder zu überzeugen, geduldig zu bleiben oder adäquate Lösungen für einen Abgang zu finden. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.